Vielen, vielen Dank für alles, was Sie tun. Und das ist Ihr junger Vater. Herzlichen Glückwunsch, Zimbabwe. Vielen herzlichen Dank für diese Preisverleihung. Ich möchte diesen Bambi gerne heute Abend stellvertretend für zwei Personengruppen auch entgegennehmen, die heute Abend eigentlich auch hier auf der Bühne hätten stehen müssen. Da ist einmal unser ganzes Team, unsere Hilfsorganisation ISA Germany, jeder Einzelne von Euch, begibt sich immer wieder in die widrigsten Umstände, begibt sich in Lebensgefahr, um Menschenleben zu retten. Dank an Euch alle, denn alleine ist man einfach machtlos und nur im Team sind wir stark. Auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an unser Team nach Haiti, die zurzeit gegen die Cholera kämpfen. Ich möchte mich aber auch diesem Bambi stellvertretend für eine Personengruppe entgegennehmen, die eigentlich nie im Rampenlicht steht. Ich denke da zum Beispiel an die ältere Dame, die einen Wohltätigkeitsbasar durchführt für Erdbebenopfer. An die Kinder, die einen Teil ihres Taschengeldes für Katastrophenopfer spenden. An die Firmen, die die Arbeit deutscher Hilfsorganisationen unterstützen. Für Sie alle möchte ich diesem Bambi stellvertretend entgegennehmen. Und wenn Sie bei der einen oder anderen Spende vielleicht in Zukunft auch mal an uns, an ISA Germany aus Duisburg denken würden, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.